Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die Alpha 21. Äh, genau, 21. Und zwar Tag 21. Heute ist Horde und es ist bereits 13 Uhr. Ich habe noch keine Vorbereitung getroffen. Ich war hier noch so ein bisschen am Rum-Dinge machen, aber für jetzt noch anzufangen, Munition zu machen, das wird nicht gelingen. Muss auch nicht. Ich habe eigentlich genug. Und vielleicht nehme ich einfach noch ein bisschen was mit. Und die hier, die lese ich noch weg für später. Muss ich mir dann angucken. Eine Schatzkarte von Raphael. Okay, das ist schon mal weggepackt. Ich habe vier Molotow-Cocktails in der Tasche sowie Recock für Fernkampfschaden. Ich mache mir gerade noch einen neuen Knüppel. Dann habe ich den hier tatsächlich übrig und packe die zwei Sachen gleich mal raus. und die Farbe auch und lasse den nämlich hier. So, das ist jetzt Backup. Der neue ist gleich fertig. Was ist das andere, was ich gerade noch mache? Die Pickaxe ist bereits neu. Ich habe, glaube ich, sonst alles. Oh, Pfeile wären noch schön gewesen. Aber, ich habe zwar noch Federn. Aber keine Töpfe mehr. Die müsste ich hier machen. Stattdessen mache ich hier Zeug, was ich gar nicht brauche. Sagen wir mal 150. Aber ich habe nur 114. Okay, dann warte ich noch einen Moment und gehe mal ganz kurz meine Ernte einführen. Wir haben ja überhaupt keine Eile. Es ist noch nicht viel. Das ist alles, was ich bisher an Garten geschafft habe, zu machen. Aber es war auch dauernd irgendeine Quest, irgendwas zu tun. So, zweimal Mais. Ich brauche auch noch... Achso, nee, da hinten habe ich noch was. Beete hier habe ich noch mal. Das reicht sogar, um das komplett wieder zu bepflanzen. Wie sieht es hier aus? Einmal Mais, Heidelbeer. Und dreimal Kürbis. Das ist wieder rausgeplumpst. Einen kann ich noch anpflanzen. Nochmal einen davon. Den packe ich hier in die Ecke. Dann schnell alles weg. Und ich habe, warte mal... Eins, zwei, drei Plätze habe ich noch übrig. Dann kann ich hier nochmal... Dann nehme ich eine Kartoffel. Und nochmal zweimal Kürbisse zum Nachpflanzen. Dann ist das auch wieder in Arbeit. So, und jetzt muss ich aber langsam los. Okay, 70. Das ist doch okay. Gut, dann... Wie sieht es mit Essen und Trinken aus? Ich habe ein bisschen was zu trinken. Ich habe eigentlich genug gegessen. Ich nehme noch eins davon mit. Und die zwei... Nehme ich auch noch mit. Gut. Dann muss es mir wirklich reichen. Dann nichts wie los. Mein Fahrrad... Wer steht da noch? So, der Schatz ist jetzt hier markiert. Aber hey... Ups. Zurück, zurück, zurück. Und... Dünchen und Zombies lassen wir jetzt hier mal stehen. Gut, einen. Mein Knüppel ist fertig. Und ich stelle fest, ich muss den Knüppel noch umbauen. Der macht doch kein Licht. Ist noch nicht dunkel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist doch deutlich besser. So, dann schaue ich mal, in welchem Zustand meine Hordenbasis, AK, die Tankstelle ist. Ich habe keine großen Vorbereitungen getroffen. Ich habe auch keinen Plan, welchen ich noch treffen könnte. Ich habe auch kaum Baumaterial. Ich weiß, dass diese Treppe so nicht so richtig funktioniert hat. Oh. Ne, Hühnchen. Ich renne dir jetzt nicht hinterher. Ich mache jetzt das fertig. Wobei fertig so ein bisschen die Frage ist. Also, die Zombies wollten nicht wirklich hier rauf rennen. Warum auch immer. Der Block ist relativ schnell flöten gegangen. Also, mache ich den nochmal schön. Hier konnte ich keine so richtig, vielleicht, das funktioniert natürlich auch nicht. Kann ich denn nochmal mehr Treppen machen, damit die hier leichter hochkommen und irgendwie nicht so traurig sind und das Ding ignorieren. Aber das geht jetzt natürlich nicht, weil hier diese Betonteile sind. Dann machen wir das nochmal anders. Also, wir machen es innen einfach leichter und bauen an dieser Seite noch mehr Treppe dran. Vielleicht interessiert sich das dann mehr. Wir machen einfach die klassische Treppe. Ähm, Moment. Hier geht's hoch. Auch nochmal ganz viele Blöcke. Wenn ich irgendwas... Oh, das ist jetzt natürlich sehr ganz praktisch gewesen. Aber dann mache ich jetzt erstmal, sagen wir mal, 30 Blöcke. Und dann mache ich die Pflastersteine noch und dann gucken wir mal, was davon fertig wird. Okay, keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Dahin stopft schon wieder ein Zombie daher. Okay, das ist eigentlich schon die richtige Höhe. Gut. Vielleicht kann ich dann von da auch auf die Zombies schießen. Ich hoffe, ich hoffe, es gefällt Ihnen besser. Wir machen einfach mal eine klassische Treppe. Und die bleibt auch so, damit ich da durchschießen kann. Ihnen interessiert das gar nicht. Oh, die ist fast... Der ist fast kaputt. Der ist gar nicht aufgewertet. Sieh schon, ich habe letztes Mal wirklich gar nichts gemacht. Ja, keine Ahnung. Die werden das hier wahrscheinlich platt hauen. Ah, vielleicht mache ich da doch noch so Seitenblöcke drauf. Damit es ein bisschen stabiler wird. Aber erst mal die Treppe. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Und dann will ich hier unten wieder eine Treppe quasi dran machen. Damit sie da einfach ungehindert nach oben rennen können. Sowas in dieser Art. Und da auch noch mal. Und da mal wieder diese schönen Ecken, damit das irgendwie gut aussieht. Oh, das hat hier gerade so noch hingepasst. Erstmal alles auf Holz. Komm jetzt so und schaue ich später mal. Vielleicht die Treppe. Also vielleicht hier unten. Die untersten kritischen Blöcke. So, ich hoffe, dass das jetzt verlockend genug ist, dass sie versuchen, nach oben zu kommen. Jetzt ist das andere Problem, was eigentlich viel, viel drängender war. Wie kriege ich sie dazu, dass sie oben nämlich gleich dieses Ding weghauen? Also soll sie eigentlich nur nach oben locken, damit ich sie mit dem Pfeilen platt machen kann. Okay, so, jetzt müssten sie im Prinzip hier rauflaufen können. Hier halt, da war irgendwas kaputt. Hier einmal drüber balancieren können. Das ist auch schon so ein bisschen kaputt. Das kann sogar ich. Das hier mit dem Runterkippen hat nicht... Also es sollte ein bisschen das befördern, dass der Schub sie nach unten kippt. Und dann geht es hier praktisch... Ich hoffe, das wird hier alles nicht zu schwer. Vielleicht verstärke ich das mal so. Also drunter ist hier auch noch was, hoffe ich. Diese ganzen Glöcke kommen natürlich noch weg. Das ist nämlich nur... ...für mich so gedacht. Oh, ich hab, oh, ich hab vergessen. Gut, dass mir das jetzt noch einfällt. Ich hab vergessen, die Zombies hier wegzumachen. Was hab ich denn hier noch da hinten? Was ist denn hier noch? Und die muss auch noch weg. Ah, ich dachte, der wär fake. So, Federn. War Federn nicht was, was ich ganz... ...brauchte? Sehr gut. Hier meinen Pfeil wieder anmachen. Dann kann ich diese Sachen noch wegpacken. Daraus mache ich mir noch Eisenpfeile. Und dann gehe ich noch mal kurz runter. Da habe ich natürlich auch noch zum Beispiel vergessen. Oh, du zum Beispiel. Wie ist es hier drin? Okay, jetzt muss es still gehen. Ja, das habe ich ja total vergessen, dass es hier keinen Land-Claim-Block gibt. Aber dafür sieht es hier ganz ordentlich aus. Hier fehlt was, sehe ich gerade. Und da oben ist auch ziemlich kaputt. So, dann ist das alles so ein bisschen stabiler hier. Hier vorne. Naja, sind sie auch beschäftigt. Hier fehlt noch was. Ich will ja nicht, dass das Ding hier vorzeitig zugrunde geht und zusammenbricht. Das wäre ungünstig. Hier auch noch mal zu. So. Ja, die Bausubstanz hat schon so ein bisschen gelitten. Aber so. Könnt ihr mal alles da mal ein bisschen aufwerten, muss ich gerade feststellen. Aber vielleicht beschränke ich mich erst mal auf Reparieren. So, 1930. Ja, das geht. Okay, sie waren schon ganz gut dabei, diese Seite des Gebäudes abzureißen, stelle ich gerade fest. Ja, ich hätte den Klauhammer mitbringen sollen. Ah, ich weiß auch, warum das hier so kaputt ist, weil hier ein Van stand, der ist explodiert. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn wegzumachen. Und das hat natürlich bei der Explosion, glaube ich, hier ganz schön viel gekauft. So, was ich jetzt noch machen wollte, war vielleicht noch ein bisschen mehr von diesen Gucklöchern machen, damit ich irgendwie so weiß, nur sehr wenig Gelegenheit nach innen durchzuschießen. Und da, glaube ich, mache ich jetzt noch mal ein oder zwei. Vielleicht so ein bisschen weiter hier. Es ist soweit, die Horde. Dürft ihr vor der Tür stehen? Und ich gucke mal. Ah, sie kommen irgendwo anders her. Okay, hier fehlt noch ein Gucklöchern. Oh nein. Okay, das hat schon mal funktioniert, auch wenn nicht alle da hingehen. Und auch wenn da noch ein Block fehlt, was soll's. Und ich sollte aber trotzdem hier mal zusehen, dass ich ordentliche Blöcke kriege, falls ich nach unten falle. Das kann mir immer mal passieren. Ich setze sie mal hier rein. Ach nee, da ist ein anderer Block drin, deswegen funktioniert das nicht. Nee, ihr wollt lieber hier. Okay. Oh, die Hunde. Oh, die Hunde. Ich finde das super. Ich finde, da so viele Hunde gar nicht super. Warum haust du denn dann der Gini? Ist das zu weit weg? Was ist es? Ja, vielleicht bin ich wirklich zu weit weg. Aber sie ballern ist die ja nahe ausgezeichnet. Muss diese Hunde wegkriegen. Also irgendwas mit den Blöcken unter mir passiert. Und ich stehe ja jetzt auf nicht aufgewerteten Holzblöcken. Weil ich keine Blöcke hier haben. So. Also ja, ein bisschen zieht es sie hier rein. Ihr macht schon wieder den Autogenmatten kaputt. Ja. Ich habe mich selber ein bisschen ausgetrickst, weil sie hier immer diese halbe Stufe nach unten gehen. Und ich dann falsch ziehe. Stilt echt auf. Okay, hier ist mäßig was los. Der Rest vergnügt sich irgendwie drinnen. Dann gucke ich mir das mal an. So kann ich das sehen. Okay, das war Nummer eins. Das muss man lernen. Mein Verdacht ist, sie fallen mal gelegentlich ins untere Stockwerk und brauchen dann so ein bisschen, bis sie wieder hochkommt. Aber das macht es natürlich auch nicht übersichtlicher. Doch, sie vergnügen sich an der Treppe. Okay. Und was ist hier hinten los? Wollen wir das auch noch kurz sehen? Wie hast du dich mit dem Zaun beschäftigt? Okay, sie reißen einfach alles bewusstlich ab, wenn möglich. Aber geht doch ganz gut mit den Pfeilen. Zumindest noch. Oh, noch mal. Oh, noch mal. Sehr gut. Ja, irgendwie wissen sie nicht so richtig, wo lang. Dabei wäre vorne ein Weg. Wenn ihr den Zaun kaputt machen wollt, wenn ihr die für den Zaun kaputt machen wollt, so müssen wir ein Fest sein. Oh. Ah. Was ist hier denn mit dem? Ah, das Auto, was an der Seite stand. Da war noch so ein... Nee, steht nicht da. Das ist es nicht. Der ist völlig gelangt, weil die gehört irgendwie gar nicht dazu. Okay. Okay. Gut, hier ist nicht so viel los. Das ist gut. So, was ist denn jetzt hier, Leute? Wollt ihr noch mal? Ah, jetzt kommt wieder jemand. Okay. Der Mo versucht es auch noch mal. Oh. Er ist weit gekommen. Er ist weit gekommen. Wie sieht es mit wahr? Ich habe Massen auf der Weide. Okay. Noch ein Hund. Sehr schön. So, wie sehen die Zombies aus? Könnt ihr mal... Ah, schon wieder ein Hund. Das ist eine echte Hunde heute. Gewesen. So, wie sehen die Zombies aus? Hm... Na? Wo bist du denn dann drüge? Die Krankenschwester, die treue Seele, hach, den Schlipschen. Du schaffst das, oder nicht? Ja, da brauchen wir eine neue Krankenschwester. Die zwei hier vorne sind auf einsamer Front. Du sollst hüpfen, verdammt. So, Leute, ich brauche hier einen Nachschub. Ich schaue jetzt aus. Ah, ein Biker. Aber er versucht es nochmal, tapfer Häpfer. Wird nix. Okay, das geht ganz okay. Ich vermute, sie reißen hinter mir das Kompeten. Aber hier komme ich einfach am besten an sie ran. Und solange der Nachschub hier nicht abreißt. Hm, schöner. Überall fallen die Säckchen. Wunderbar. So, sehr schön. Es bleibt überschaubar. Und du hörst auf hier. Die hüpfen noch ein bisschen. Die Treppe muss ein bisschen glatter werden. Damit sie gar nicht immer versucht sind, dran rumzukloppen. Aber es soll sich halt auch ein bisschen ausbremsen. Ja, nicht hier ungebremst alle. Okay. Ah, Level 28. Sehr schön. Einfach nach oben rennen. Okay, was machen die anderen so? Hier nicht weg gehen, weil dann hört es wieder auf hier rauf zu rennen und zu hüpfen. Vielleicht schaffe ich die Orde ja auch nur mit Pfeilen. Das wäre sehr munitionssparend. So, wo willst du hin? Wo willst du hin? Die Frage auch beantwortet. So, hier ist jetzt kein Nachschub mehr. Doch, einer kommt noch. Er ist weg. Na, dann schauen wir doch nochmal, wie geht das Projekt. Wir zerlegen die Tankstelle voran. Ganz respektabel. Wie mir scheint. Ah, aber sie stecken alle nach sich lang in diesen Dingern fest. Die gänstlichen Lockenbuddeln. Sehr schön. Oh, noch ein Hund. Wo ist der? Oh, weg. Auch weg. So, dann nochmal hier hinten. Das Projektzaun ist auch schon fast abgeschlossen, sehe ich. Da komme ich nicht dran. Ihr wollt von außen was machen. Ist auch okay. Vielleicht noch. Ja, das mit dem guten Bogen, das lohnt sich schon. So, da ist alles okay. Da ist noch einer. Die Tür weg. Gut, hier ist auch nicht mehr so viel geboten. Und schonmal hier nochmal. Da vorne tut sich nichts. Ja, ein paar sind wirklich, sind echt damit beschäftigt, einfach da drin den Kram abzubauen. Um das Ding komplett reinzureißen. Was echt ein Stück Arbeit ist. So, der nächste Blätter. Oh, sie haben wieder was gefunden. Was detoniert. Ja, da sind noch ein paar Blätter. Aber das war natürlich vielleicht nicht so... ein bisschen über das Deck. Aber es ist ganz schön was los, auch wenn sie sich hier sehr verteilen. Diese Begröcher sind super. So, jetzt gerade seid ihr hier drüben, glaube ich. Aber teilweise auch so ein bisschen hilflos unterwegs. So, jetzt ist das weg. Die auch. Der arbeitet am Zaun. Der hat den falschen Zaun. Lass ich mich ranhalten, hier alle wegzumachen bis zum nächsten Morgens. Was macht ihr da hinten? Das ist doch nicht die Lösung. Naja, hauptsache es macht Spaß. Wer noch? Das ist eine gute Bogenschießung. Ich sehe schon, ich muss hier, glaube ich, noch mal einiges reparieren, wenn ich fertig bin. Eingewuseln. Vielleicht muss ich die Position ein bisschen wechseln, damit nicht immer dieselben Glöcke mit Leibdorf gezogen werden. Okay, ja, mein Plan ist, glaube ich, tatsächlich, ich muss mir etwas richtig Guntes überlegen, muss ich mir erst für die nächsten Horden, für diese hier. Und das, ja, vielleicht nehme ich dann auch einfach etwas Stabileres. Aber ich wollte ja immer hier bleiben, sondern das Nächste mal, wenn es geht, in ein anderes Blumen umziehen, um mir mal andere Städte und andere Gegende anzugucken und auf besseres Mut zu hoffen. Dann muss ich mehr schicken, was ich dann so finde. Ich dachte eigentlich, dass mich der Händler irgendwo hinschicken würde, aber das ist alles nur immer wieder im Kreis zum selben Händler, den ich schon kannte. Aber wir legen dafür die Pfeile. Hauptsache, sie kommen da. Oh, der Schubsi. Ah, doch, da ist er noch. Ich dachte schon, der Schubsi wäre kaputt. Hier, niemand macht meinen Schubsi kaputt. So, ich habe noch 91 Pfeile, das sollte noch ein Moment reichen. Aber ich finde, sie würden gute Wirkung. So, ich mache jetzt mit dem Weg, die hier unten die Treppen kaputt machen. So, ich mache jetzt mit dem Weg, die hier unten die Treppen kaputt machen. Die ordentlich mitspielen. Solche Schufe, der war heute hier nicht. Du sollst hüpfen. Oh, ist schon vier Uhr morgens. So kurzweilig. Und ich habe immer noch Zombies. Hier mal weg. Was habe ich denn noch so? Ist ja alles nicht so dramatisch. Dann könnte ich eigentlich gleich mal runter gehen. Es wird schwierig abzuschätzen, wie viele es noch sind. Ah, die schleicht ja so rum. Ah, da sind schon noch ein paar, die ein bisschen zackiger unterwegs sind. Aber meine Waffen sind ja geladen. Dann gehe ich jetzt mal schauen. Und mache die noch schnell weg. Vielleicht kann ich ja den ein oder anderen Pfeil noch einsammeln. So. Und natürlich haben sie reichend Munition mitgebracht. Das ist ja wie Stadt Munition machen. Einfach nur Horde spielen. Geht auch. Noch mehr Munition. So, ich kann jetzt aus. Messing. Okay, ja. Sie haben so ein bisschen hier eingeben gebaut. Plattformen. Abgebaut. Ah, diese Fässer sind das, was hier wahrscheinlich immer noch explodiert ist. Aber das macht ja nichts. Ja. Da war auch so ein Fässchen. Wie ist hier so? Keine Beutelchen mehr. Also war, würde ich mal sagen, nett. Nicht langweilig. Aber auch nicht spektakul. Oh. Das war vielleicht doch ein bisschen. Vielleicht muss ich da doch den auch mal weg machen. Das Hühnchen. Das Hühnchen. Oh. Okay. Ja, da muss ich doch mal ein paar Blöcke hier noch reinsetzen. Und zumindest hier diese untere Hausecke. Das war wahrscheinlich der beste Versuch überhaupt das Haus einzureißen. Aber der Brun ist stabil. Oh, aber es hat ganz schön Schaden genommen. Da werde ich mal noch ein bisschen nachsetzen. Ich habe aber kaum Baumaterial dabei, was wirklich irgendwie was bringt. Also mache ich einfach erstmal nur eine Schicht Fundament dazu. Und den Rest fülle ich irgendwann auf. Das können wir in Ruhe noch machen. Ein bisschen mehr Baumaterial habe. Ich muss ja auch das noch reparieren. Und damit es zumindest bereit steht, wenn ich beim nächsten Mal mittags beschließe, eine kleine Horde zu spielen und mich noch etwas vorzubereiten. Wir werden sehen. Aber das erst ein andermal. Das nächste Mal geht es. Dann packe ich meine Sachen ein. Zumindest die wichtigsten. Und sehe zu, dass ich hier wegkomme und noch ein bisschen was von der Karte sehe. Vielleicht finden wir ein spannendes Biom. Bis dahin euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.